guten tag liebe leute hier ist der gusua ich habe probiert das mic mal so ein bisschen weiter runter zu setzen ich hoffe dann hört man mich trotzdem bis dann sieht man das so krass nicht in der facecam ist eventuell ein kleiner vorteil base wieder umgestellt ja ganz ehrlich im oberen bereich sobald man townhall 9 ist sage ich mal ist es eh immer relativ schwer selbst mit der base kriege ich öfter mal nur in one star kassiert finde ich natürlich ziemlich geil ich gucke gleich noch mal ein paar bogenchecks rein bei den bewerbungen bitte immer nur in das bogencheck ankündigungsvideo oder anmeldungsvideo rein weil nur dort gucke ich dann auch wirklich nach ansonsten probiere ich hier so ein bisschen den wald raus zu hauen also ich sag mal ganz ehrlich mir gefällt hat jetzt wieder ein bisschen ich hau hier also nicht pilze oder sowas sondern hier sind also mindestens so ein kleiner busch muss es sein dann lasse ich ihn erst mal stehen ich lasse die büsche stehen hahaha ach so mir ist aufgefallen guckt mal bitte rein hier so was zum beispiel oder kein riesen keine maubrecher keine kobolde so zack 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 können wir halt einfach mal raushauen so und ansonsten ist mir halt aufgefallen jetzt besonders bei dem clown magier oder bogenschutz schade habe ich jetzt gerade nicht alles das ist sehr gut so und zwar besonders so eine ganz 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 speziellen sachen die dann halt irgendwie ghoulie oder riesen okay da kann ich halt gerade nicht spenden so das fällt mir natürlich auf und ich denke mir auch ja anderen geht es eventuell ganz genau so dass sie halt spenden wollen würden aber nicht können weil sie truppen einfach nicht haben und dann nicht die truppen machen weil man dann da steht und dann sagt naja gut okay jetzt habe ich gerade zum beispiel ein lavahund gebaut ich kann mit dem lavahund selber nichts anfangen dann ist natürlich doof so jeder hat eine andere taktik ist also ja der sinn und zweck eines klaren hier guckt mal hier seht ihr es zum beispiel baumi also puki hi hi er hat vor 14 stunden vor fast 15 stunden angefragt und er hat immer noch kein golem drin so von mir wird er auch kein bekommen nicht weil er irgendwie ein arsch ist sondern weil ich halt eben ganz andere truppen ausbilde von mir könnte er aber ohne probleme zb mauerbrecher schweine luckys oder halt heiler bekommen mit denen kann er natürlich jetzt momentan nicht wirklich was anfangen deswegen sehe ich das eventuell so lasst uns doch einfach mal ein experiment starten und dass man halt wirklich sagt gut okay kommen klaren sowieso oder so und so und dann in der klaren beschreibung zum beispiel hier werden was weiß ich am meisten halt das und das und das gespendet und dann sucht man sich halt den klaren raus wo man halt sagen kann gut okay die sind halt aktiv wir sind ja auch aktiv das ist nicht das thema bloß wenn ich halt einfach mal fu king 15 stunden kein golem bekomme dann bringt mir halt der in anführungsstrichen beste klar nichts sehe ich so deswegen lasst uns das doch einfach mal so probieren das heißt also ein klaren wird erstellt ich gebe das jetzt einfach mal in eure hände ab also ich sage mal ihr seid ja selbstständig genug ihr sagt halt zb nicht keep calm sondern keep calm macht dann nicht wirklich viel sinn sondern ihr sagt halt was für sich kc für keep calm zum beispiel und dann schreibt ihr zum beispiel in die in die in den normalen ja klaren name halt zum beispiel golem rein also kc Leerzeichen golem und dann ist es halt so dass die die in dem klaren sind halt hauptsächlich mit golem zum beispiel angreifen was für sich zum beispiel go crack oder sowas für die ist es natürlich gar kein thema die können dann halt eben einfach mal golem spenden für dieses kein ding und wenn ich weiß gut okay ich habe halt so eine golem angriffstaktik dann bin ich da natürlich richtig aufgehoben ich hoffe ihr habt das jetzt soweit verstanden ich denke schon so ich guck mal ich gehe mal gerade zurück weil wie gesagt das ist halt einfach so mega ärgerlich keine riesen wie auch immer hier zack kriegt sondern das noch und dann ist das auch schon in ordnung spell will ich jetzt nicht raushauen weil ich den selber gerade nur einen habe ansonsten sieht das ganz fresh aus ich würde gern noch mal jemanden checken das seht ihr gleich und da sind wir auch schon wieder wir sind im klaren frost herz und da hat mir der herobro marx geschrieben dass er im game fotonix heißt dann denke ich mal fotonix unterstrich lp würde ich jetzt einfach mal tippen gucken wir mal rein wir haben das ist schade das kann man immer relativ schwierig sehen ich würde dir auf jeden fall ein tipp geben kommen mal online haha dann kannst du mich schön deine minen und sammler abernten ich würde mal sagen hier hast du noch minenwerfer ganz genau der ist mir ein bisschen weit draußen aber das ist jetzt auch nicht so schlimm ja das passt das ist okay die ist ja eh gerade im bau aber hier sehen wir wieder ein fail hier sehen wir wirklich wieder ein fail du baust die zeitgleich und ja ich kann es jetzt leider nicht sehen ob die jetzt gerade im bau war oder nicht aber hier kannst du natürlich richtig gerusht werden von ja ganz normal ich habe drachen dabei und zieh dir die hose aus ganz ganz wichtig so eine sachen bitte 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 nicht zeitgleich machen Ansonsten bisschen mit den mauern richtig gut dabei für level 55 das ist cool dass du schon richtig gut siebener hast also richtig gut also schon mal ein bisschen was angefangen auf jeden fall base design selber ja ist okay hier schön verteilt hier mit diesem verteilen ist immer cool das ist also das gut okay da dann aber wiederum hier wie gesagt den halt noch ein bisschen weiter rein aber ansonsten als flash damage und Einzelschaden und mir steht aber der der puster ein bisschen sehr weit draußen den kann man relativ schnell kaputt machen bloß wie gesagt ist natürlich jetzt momentan eh weil du ja eh die er die fans beide im upgrade hast da kann ich mir wirklich vorstellen dass du richtig übel auf die schnauze bekommst Kanone ja das ist okay bogiturm gold lager Alex lager du hast das hier relativ dicht alles beieinander hier wird es noch ein bisschen durch die durch den magiaturm und den magiaturm halt geschützt das kann man so sagen Aber guck mal du hast hier ein gold lager da ein gold lager dann noch die beiden lx lager und hier sogar noch das dunkle Ich meine das ist natürlich relativ dicht beieinander Und man muss nur die in dieses eine komparten und reinkommen und dann kann man sagen Jihau da bin ich klar mit goh mit mit goblins wäre es noch relativ schwer weil du halt eben hier den magiaturm hast und hier Aber ist halt immer relativ tricky hau hier noch irgendwie eine mauer rein wäre eine coole nummer dann lieber hier bei sowas hier eine mauer weglassen shit auf die kanone egal Dann lieber wirklich innen drinnen noch ein bisschen mehr Ansonsten ja wie gesagt wäre natürlich cool wenn du ja genau hier eben alles unwichtige draußen ganz genau Vollkommen richtig passt hau den held noch auf fünf klar logisch und super taktik dass du halt sagst komm wen interessiert ich habe jetzt wirklich mein lx für Dregos raus damit kann ich richtig gut farmen Einwandfrei somit kriegt man halt auch bei townhall 9 zum beispiel auch wenn der richtig knacke voll loot hat Kriegt man da auch was weil was willst du mit bogies machen wenn du einen guten townhall 9er hast Sitze mit dragos meiner meinung nach schon auf jeden fall besser da So schaut es aus zwei minuten haben wir hier noch Hier die anfrage halt von kodi wieder und ich kann wieder nichts geben so und deswegen halt wirklich ist halt so macht einfach Oder casey Ja, aber das casey ist auch doof Ach haut einfach rein guzoa guzoa und dann Golem guzoa luckies guzoa Schweine und so weiter und so fort dann ist das relativ easy zu handeln dann kann man das Managen also sprich hier ich mache noch mal hier für die Hocks zack Dann weiß man gut okay man ist im guzoa clan Hocks werden gespendet und fertig Ich glaube das und dann kann man halt eben auch immer switchen das ist nicht so das thema also man Klar klar ist immer so eine community logisch aber wie gesagt wenn die community auch richtig cool ist und man sich schreiben kann Und wie auch immer und man total safe ist miteinander ist ja alles schön und gut was wie gesagt 15 stunden halt keinen keine truppen zu bekommen Ist nicht so sinn und zweck des clans also ich sag mal wirklich so Realistisch meiner meinung nach ist halt wirklich Ja Also alles über zehn minuten ist eigentlich nicht tragbar So sehe ich das klappt im normalfall also bei mir halt weil ich einfach reinschreibe macht voll und fertig gut ist das ding Aber wenn man halt wirklich sagt ich will halt mit den und den truppen angreifen was auch vollkommen das recht von jedem ist klar man kann Natürlich jetzt als ich sage jetzt mal Tau 07 dann nicht unbedingt sagen hey komm ich will hier jetzt die max hexen Das läuft nicht so ganz und da sage ich dann auch mal man sollte eventuell ein bisschen überlegen welche anfragen man macht aber ich glaube ihr wisst was ich meine Jetzt gucken wir noch mal zu mevlyd emir der hat sogar hier schön einen klaren tag drin Da gucken wir auch noch mal rein Wie gesagt ich finde das ist immer so eine sache wenn man jetzt sagt gamer wc auch nicht schlecht Wenn man jetzt sagt auch hier eine komplette reihe bogencheck oder ein video mit nur bogenchecks Ich finde das ist so ein bisschen doof also finde ich halt ist nicht so meins Rotwein pirat nennt er sich er hat einiges an truppen erhalten Ah schade wurde auch gerade Gecrashed wir wir gucken trotzdem mal rüber townhall 9 vollkommen richtig Und hier fällt euch dann auch einmal was auf das sehe ich ja bei meiner queen gar nicht mehr Guckt mal da seht ihr schön die farbe der krone und dann könnt ihr euch später mal die farbe von der Krone meiner queen angucken Ansonsten Hier das lx lager hier garantiert noch ein lx lager da noch ein gold lager Er ist in kristall 1 Vollkommen in ordnung und schön hoch lewin ganz genau du warst würde ich jetzt einfach mal wenn ich jetzt die Bogey den bogeyturm und den minenwerfer sehe du warst maxed out Acht und bist dann hoch gegangen du hast auch eben die mauern alle soweit eben schon auf acht beziehungsweise fängst jetzt mit neun an Einwandfrei also du bist da ganz ganz gut dabei so gucken wir mal dunkle kaserne kanone Hier hast du halt eben geguckt dass man Halbwegs alles abgedeckelt hat vollkommen richtig also du bist vom vom plan her vollkommen dabei du weißt was du machst Einwandfrei das gefällt mir gut Dass du halt wirklich gesagt hast gut okay ich will halt Möglichst viel range abdecken mit den bogeytürmen In dem fall dass du halt sagst gut okay keiner kann mir zum beispiel Einfach so meine 50 prozent snacken indem man einfach mal ein paar luckys setzt Vollkommen richtig gemacht gefällt mir gut Magiaturm 6 Magiaturm 6 Magiaturm 4 den bist du gerade im upgrade genau Kanone kanone und du hast halt eben geguckt dass du halt Möglichst dann hier bestimmt noch den expo der muss auf jeden fall natürlich hochgezogen werden klar der Bringt auf level 3 richtig gut was auf level 1 ist der halt eine lachnummer noch ganz klare sache Ansonsten passt das gut base layout so gefällt mir gut von der von dem aufbau her das ist ganz nett Und wie gesagt mit dem bogeyturm das gefällt mir gut dass du halt sagst gut okay komm ich habe hier relativ wenig dev gebäude Aber ich verhindere trotzdem dass mir einer so ganz ganz easy meine prozente hier weg snackt Passt einwandfrei also da kann ich wirklich nicht meckern das ist cool Schön nach und nach auch die mauern mit hoch machen einwandfrei passt läuft coole sache So jetzt greife ich nochmal an mal gucken ob wir was nettes finden hier Und wenn nicht dann ist es halt so ich hatte einen angriff der war richtig richtig nice Ach kommt leute den den ich guck mal gerade ich habe den letzten angewieder mal richtig keiner was für mich da Sorry Leider kein goalie und kein pecker oder keine Und es sei mega nervig klar das ist halt echt Unschön so jetzt gucken wir mal wir haben angegriffen ja ich Richtig verkackt aber der war nice der war ziemlich nice Und ich dachte mir halt eben diese Ich gehe mal dich daran so zack ich halte queen walk logisch läuft halt bei mir Und das klappt ganz gut gut guck mal auch bitte jetzt noch mal rauf genau Ich habe jetzt nicht mit den mit den Mauerbrechern wer weiß wie rum gespammt sondern wirklich gesagt gut okay kommt nicht zu viel so Dann King halt draußen gesetzt weil ich mir halt gesagt habe gut okay der kann sich schon draußen so ein bisschen weiter arbeiten Und gucken wir mal was da passiert und so weiter und so fort so jetzt lassen wir den king aber ruhig den habe ich dann geraged und so weiter und So fort dann lief das so dann ist der auch irgendwann hops gegangen ich glaube da habe ich mich keine heiler hingeschickt so Und jetzt dachte ich mir halt okay hier kommen jetzt hast genau king ist down so jetzt hast du hier das townhall Wie wird es halt weitergehen gucken wir mal so Und ich dachte mir ja schön jetzt hast du townhall durch also den ersten stern hast du fertig und jetzt dachte mir jetzt geht es außenrum Heißt also sie wird eventuell vom infernum nicht gehittet weil so krass mega weit ist der dann doch nicht Dann lässt es einfach mal weiterlaufen Guckt bitte wirklich auf die möglichkeit beziehungsweise auf die kosten für den angriff ja nur mal so Klar Geraged also ability gemacht so jetzt haben wir natürlich ein problem dass der inferno halt logischerweise meine heiler weg brutzelt Und jetzt kommt dieses kleinen moment jetzt kommt dieser moment in dem ich euch zeige Warum habe ich immer so motherfucking viel heiler drin so weil jetzt wäre für mich gleich sense gewesen weil der entferne halt Richtig schön auf multi alle heiler weg brutzelt So schon wäre das ding zu ende ich komme mit drei neuen heilern und alles ist wieder gut So jetzt habe ich halt gesehen gut okay jetzt würden die mich hier zeitlich halt auch aufhalten klar dann kann man sowas auch mal weg giften Und dann hat man einfach mal wieder zack zack drei neue heiler am start warum denn nicht so und So muss das halt laufen So 40 prozent easy going auf jeden fall Und dann kann man ganz sicher das ding nach hause bringen und das war halt eben auch dieser fehler den ich sonst immer Ja relativ schnell gemacht habe dass ich halt gesagt habe gut okay jetzt habe ich halt hier meinen one star und fertig aber da ist eigentlich ein locker 2 star drinne ohne wer weiß wie viel truppen zu verballern jetzt muss ich gleich ein rage raushauen und dann wurde mir auch gesagt Setz mal deine rage spells besser also Da muss ich wirklich widersprechen also ich für meine kenntnisse sage ich mal für das was ich halt so mache Setze ich die rage spells mega affen cool Also das passt auf jeden fall hier hatte ich zwei hocks noch und dachte mir naja vielleicht kann man was reißen die waren aber fail Die konnten da nicht wirklich was ruppen und Hier haben wir jetzt unsere 48 prozent jetzt geht der minen werfer noch dauern sind wir bei 49 Und jetzt kommen glaube ich noch hier müsste noch genau jetzt der rage spell Einwandfrei und wir sagt ganz ganz wichtig ist halt wirklich für denjenigen der vielleicht sagt oder naja ich hätte jetzt noch Eventuell den den dings gedroppt den hätte ich droppen können noch den Gifts bell aber brauchte ich jetzt auch nicht wirklich also hat gepasst die war zwar dauern ich hatte aber mein two star habt Da einfach mal 15 pokies mitgenommen und dann lohnt sich das natürlich dann auch so jetzt gucken wir noch mal ob wir noch einen angriff raushauen können So hier haben wir einen relativen low ja also wirklich in sehr low gegner townhall 9 Normalerweise könnte man jetzt sagen okay von unten rein und halt den loot noch mitnehmen Ich denke aber wiederum fast Obwohl von unten rein ja kommt lasst mal von unten reingehen Ich probiere jetzt echt wirklich hier richtig All den richtig voll Konzentriert halt durchzuziehen Dass ich den hoffentlich hier keiner zu keiner zeit halt irgendwie verkacke So ich will eigentlich ich würde mir gerne noch zwei bogies aus Also aufheben Ich habe es heute und sprechen ist heute nicht so doll oder So jetzt gucken wir mal dass wir hier Eventuell über die gesamte ich probiere mal was ich probiere mal richtig ich habe zwar jetzt die riesenbomben noch nicht ausgelöst aber Gucken wir mal den hätte ich den hätte ich weiter oben setzen können okay das war jetzt nicht so der knüller Mal gucken was die schweinchen machen die sind aber auch die sind schön im hiel drinnen King ist weiter am laufen das passt wallbreaker weiterhin so jetzt sind die ganzen schweine weg King wird geraged Dem king setze ich noch mal zwei heiler zu Woa ok du wolltest um ok nice junge läuft Na das ist doch hier ganz nett so jetzt hier noch schon mal langsam mit den luckies clear Und von oben langsam mit der cb kommen Weil mir halt sonst logischerweise die zeit wegläuft so Ich glaube das sieht jetzt so schlecht nicht aus Geil wäre wenn der king nicht down geht wäre ziemlich geil Er kriegt gut in die fresse auf jeden fall oh jetzt von den teslas alter Ich glaube da wird ziemlich geröstet Ja schade down ist er So jetzt gucken wir mal wo wir hier noch was reißen können also die queen sollte jetzt hier mal langsam den finger ziehen Aber hier haben wir jetzt keine luft sachen mehr Das heißt wir können hier ja da ist noch der bogeyturm leider Also klar tust da ok war aber jetzt bei der base auch wirklich pflicht also wie gesagt da ist eben auch wieder dieses thema Dass ich mich damit nicht irgendwie brüsten muss So aber wie gesagt dieses thema gefällt mir halt richtig gut dieses effiziente angreifen halt wirklich ihr müsst überlegen wie viel ich jetzt für den Ja für den angriff sozusagen rausgehauen habe das gucken wir uns gleich noch mal an jetzt wird gar Ja genau ist verständlich jetzt geht die luftabwehr los und deswegen habe ich hier auch weiterhin hier gucken wir mal zack zack Die beiden luckys hier noch ich habe noch den ganz normalen rage die ability die zünde ich jetzt auch gleich Ganz knapp genau ganz knapp noch vorher beziehungsweise danach also sprich die riesenbombe abgewartet Und jetzt ist natürlich das zeitproblem auf jeden fall da Aber ich würde mal sagen auf die 90 prozent müssten wir mindestens noch kommen Und dann ja schweine noch was anders aber das mit den schweinen und dem hiel das war ganz nice auf jeden fall Und ich habe halt den gesamten loot bekommen ist natürlich auch ziemlich cool aber die base war halt auch low ganz klare nummer Wir haben 92 prozent naja okay ist auf jeden fall besser als nur townhall beziehungsweise Halt nur townhall und die 50 prozent Und jetzt gucken wir doch mal ganz kurz wie viel wir dafür jetzt gebraucht haben guck mal wir haben acht teiler mit jeweils 10.000 also 80k sind zu vernachlässigen doch einiges an dunklem aber dass das geht das ist echt nicht zu viel im gegensatz zu go wipe zum beispiel Wo man dann doch einiges mehr und wie gesagt bei go wipe ist es halt so da schreckt mich gar nicht diese Diese kosten fürs dunkle ab sondern was mich halt wirklich abschreckt sind halt einfach die Erarbeitungs beziehungsweise bearbeitungszeiten die sind halt so im menn immens hoch finde ich und deswegen Also mit dem hier lief gut das kann ich mir auf jeden fall merken soweit Und dann geht es auf jeden fall so weiter soll jetzt jetzt habe ich natürlich wieder video zeit gesprengt ohne ende das war es erstmal von mir Wir sehen uns beim nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen wenn das so ist haut den daumen raus danke dir ciao